so leute einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zum neuen video ja leute ich habe die servereinstellung nochmal bearbeitet ich hoffe ihr hört mich einigermaßen gut ich hoffe es die zum servereinstellung ich habe den server nochmal einen anderen namen gegeben und der ist jetzt auch nicht mehr passwort geschützt also das heißt ihr findet ihn jetzt eigentlich viel viel leichter wir können ja mal direkt nach suchen gehen da oben sieht ihr immer noch die beleuchtung sowieso da habe ich immer noch alle karten da steht auch noch spielmodus alle also alle spielmodi und sortieren nach tag wenn ihr das habt dann braucht ihr unten einfach nur jetzt nach unten da steht unten sitzungsfilter da bist du ja da steht inoffizielle pc sitzung da geht ihr inhalt das muss da stehen und dann zeige passwort geschützt ein da könnt ihr den haken jetzt weglassen da brauchen wir keinen haken mehr natürlich lädt er jetzt natürlich server unten rechts siehst ihr das da müssen wir kurz abwarten weil jeder weiß die wenn der server lebt leckt dass man ein bisschen sich von hoch zu gehen und er leckt total das ist total ja nervig nicht aber man muss ihm halt einmal abwarten würde ich mal sagen ne so warten wir dass er geladen ist so ist er denn gehen wir wenn ihr das eben hat alles abkarte alle karten spielmodus alle spielmodi wo die ähm das hier nach tag sitzungsfilter in offizielle pc sitzung und spielmodus nicht mehr können die weglassen denn gehen wir hier oben wieder auch so leise leichte so spielmodus und gehen wir wieder nie ja so so und wieder ein punkt er machte ihm halt wieder ganz normal wie es immer war nett ja nicht wundern ich bin gerade mit einer aufnahme wegen meinem server weil er vorher mit passwort geschützt war und jetzt ist er nicht mehr passwort müssen wir uns äh denn man sieht ja dahinter einfach ganz normal äh äh modgetar 19 ein leute und m groß natürlich aber das muss ich noch ein leerzeichen lassen habt ihr ja gesehen dann macht ihr einfach nochmal ganz normalen leerzeichen da lässt ihr klein geschrieben also youtube einfach ganz normal klein schreiben und dann solltet ihr ihn eigentlich auch sofort finden ich hoffe das klappt jetzt bei mir wunderbar ja leute da ist er haben wir nie gecheatet was ist ich meine ich dich also äh mein marvi mein Freund mein Freundchen dein kleine gartenzwerg der der marvin ja Leute sagen da ist ein der bei mit er liegt mir so finde ich ihn ganz leicht man immer einfach direkt nach der Aufsorberkommensreihen der ist auch nicht mehr passwort vorwahrer geschützt äh muss ich mal und gleich mal erklären wollen von den Menschen mit Mabel du bist scheiße und müssen cool zu übernicht kann man auch wenn er will an ein paar Prozent er hier hat anderen Namen war ein paar Euro 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 die Sorte ein wenig geholfen was vor allem alles geändert aber es durfte der tollen drauf nach einer aufschlangen die jungen heißen oder so modi der sicher passwort geschützt oder er ist nicht mehr geschützt er war passwort geschützt jetzt ist er nicht mehr passwort geschützt marwin wir können doch einfach arg gehen so wie ich jetzt mal die auf den server gehen modi darf ich zu deren treibt kommen du ehrenbruder mal gucken mal gucken ja leute ich habe in der was schon mal gucken ich hab dir so viel geholfen komm schon lassen wir haben das mal ein video fertig machen trotzdem ein kleines dankeschön dafür alter kriegen wir hin ja leute nicht wundern ich habe schon lacht also zeitlich wieder nein ich habe eigentlich alle in der party gestimmt aber kam einer rein ist natürlich entstumm ich weiß nicht ob man den im video hört habe ich keinen plan ja leute ich hoffe ich habe damit geholfen sonst müsst ihr mich einfach noch mal anschreiben wenn ihr den server nicht findet damit ich euch noch mal helfen kann aber wir sehen uns nachher im stream euer modi der 19 tschüssikowski tschüss